Hallo und Willkommen. Ich bin Marina Weisband und das ist Elia Havemann. Hallo. Aus der Nähe von Tel Aviv zugeschaltet und wir beantworten eure Fragen zum Judentum. Ihr habt vor ein paar Wochen sehr, 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 sehr viele Fragen gestellt und die meisten davon drehten sich rund um das Thema Religion, Regeln und Sitten. Das wird nicht geschnitten. Das ist Transparenz. Religion ist ja auch ein kompliziertes Thema. Das ist auch schwer auszusprechen manchmal. Genau. Das heißt, wir wollen jetzt direkt ohne Cut einsteigen und eure Fragen zum Thema rund um jüdische Religion beantworten. Wie ähnlich oder unterschiedlich sind sich die Tora und das, was im Christentum als altes Testament bezeichnet wird? Ja, also das sogenannte Alte Testament oder wie meint die Christen es aus Höflichkeit uns gegenüber auch erstes Testament nennen, hat dieselben Geschichten wie die Tora und wie der Tanach. Wir haben die Tora und wir haben die Schriften und das zusammen ist der Tanach und allerdings in der Übersetzung und auch teilweise, je nachdem in welcher Sprache man das liest, in einer Übersetzung von einer Übersetzung, weil laut der Kirche ist der lateinische Text, also die lateinische Übersetzung, der Urtext und der wiederum wurde teilweise aus dem Griechischen übersetzt und das Griechische ist dann die Übersetzung des Hebräischen und bei jeder Übersetzung ist das verloren gegangen. Insofern, oder war es dazugekommen auch, das heißt, das sogenannte Alte Testament und der Tanach haben zwar dieselben Geschichten, sind aber eigentlich verschiedene Bücher. In christlichen Kirchen heißt es oft, dass die Juden immer noch auf den Messias warten. Stimmt das in der Form? Ja, das stimmt. Wir warten immer noch, weil wir nicht davon ausgehen, dass Jesus Christus der Messias ist, weil erstens der Herr verboten hat, Abraham seinen Sohn zu opfern. Das heißt, wir gehen davon aus, er mag es nicht, wenn eigene Kinder geopfert werden und viele der Prophezeiungen, die mit der Ankunft des Messias verbunden sind, sind ebenfalls nicht in Erfüllung gegangen. Ja, es gibt allerdings Juden, die glauben, der Messias ist schon da. Das sind einmal die Juden, die Schabbatei Zvi anhängen. Das sind nur noch sehr, sehr, sehr wenige. Das war einer der ersten Messiasse, der wirklich auch eine größere Anzahl an Anhängern hatte, aus der Türkei, glaube ich. Der wurde dann später Muslim und das ist schreckliche Geschichte. Dann gibt es die sogenannten J4Js, also die Jews for Jesus. Das sind die Leute, die sich selbst als Juden sehen, aber an Jesus als Messias glauben. Aber theologisch sind sie Christen. Und dann gibt es die Chabad-Chassidim. Die glauben, aber nicht alle übrigens, nur ein Teil der Chabad-Chassidim glauben, dass ihr letzter Rabbiner, der Lubavitcher Rebbe, der Messias ist. Und obwohl er gestorben ist, ist er es immer noch. Und deswegen hat auch Chabad keinen neuen Rabbiner mehr, der sie anführt. Also die Antwort aus deiner Sicht und aus meiner Sicht ist natürlich, ja, wir warten noch auf den Messias, also ich persönlich auch noch. Aber es gibt Juden, die nicht warten. Gehen die Jüdinnen aus Glaubensgründen in die Synagoge oder nur um Gemeinschaft zu erleben? Könnten sie theoretisch allein zu Hause beten? Bestimmte religiöse Pflichten, dafür muss man in der Gemeinschaft sein. Andere Gebete kann man absolut allein zu Hause beten. Ich als Frau habe nicht so viele Pflichten, die ich in der Synagoge habe. Und ich gehe gerne dahin, weil ich Gemeinschaft erleben möchte und mit anderen Leuten zusammen sein möchte. Im orthodoxen Judentum ist die Pflicht zu beten eine Pflicht für die Männer. Das heißt, die Frauen haben diese Pflicht nicht. Sie sollen und dürfen natürlich beten, aber sie müssen nicht. Und Männer wiederum brauchen für viele, viele Gebete ein Quorum von zehn Männern über 13 Jahre, also den sogenannten Minyan. Und den kriegt man zu Hause natürlich selten hin, gibt es aber auch. Es gibt ja in Israel viele private Minyanin, wo Leute zu Hause beten, vor allem jetzt zu Corona. Wenn jemand eine große Familie hat, hat er den Minyan ja meistens schon fast voll. Und insofern geht man in die Synagoge, wenn man orthodox ist, eigentlich um die Pflicht zu erfüllen. Aber natürlich trifft man sich auch gerne mit Leuten. Und vor allem jetzt zu Corona. Ich gehe nur am Schabbat in die Synagoge. Und es ist so schön für mich, da Freunde zu treffen, die ich sonst nie sehen würde. Alle mit Abstand und Maske natürlich, aber trotzdem endlich mal Interaktion mit Menschen, die nicht Arbeit und nicht Familie sind. Aber was ich interessanterweise beobachtet habe, ist in Hamburg in der Synagoge, wo ich ja vorher gelebt habe, da wimmelte es von Israelis. Und zwar Israelis, die nicht religiös sind. Und die in die Synagoge gekommen sind, um sich endlich mal wieder zu Hause zu fühlen und endlich mal wieder Hebräisch zu hören und unter anderen Juden zu sein. Also für die war das Gesellschaftliche und der Austausch sehr wichtig. Was tun Jüdinnen während des Gottesdienstes? Singen sie zum Beispiel, musizieren, tanzen? Was machst du in der Synagoge? Tanzt du? Ich tanze nicht, ich singe. Also beim Beten singt man. Also wir beten. Wir sind froh. Also das jüdische Gebet ist ein frohes Gebet im Normalfall, außer am höchsten Feiertag. Und wir tauschen Rezepte aus und handeln Medikamente. Ja, also es stimmt schon. Viele Gebete werden gesungen, am Schabbat vor allem. Am Freitagabend wird die Hälfte des Gebets gesungen, die andere Hälfte wird leise gesagt, ungefähr. Und es gibt keine Instrumente, weil an den Feiertagen und am Schabbat sind Instrumente nicht erlaubt. Zumindest bei Orthodoxen. Oder bei orthodox geführten Gemeinden. Wie sie in Deutschland oft anzufinden sind. Und getanzt wird an einem Feiertag. Das ist Simchat Torah. Dieses Jahr leider nicht, wegen Corona. Aber grundsätzlich, also hier bei uns ist das eine Riesenparty. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die schreien und tanzen. Und ja, muss man mal erlebt haben. Wenn man, oder was auch ein unglaubliches Tanz-Event ist, wenn ihr mal in Israel zu Besuch seid und Corona vorbei ist hoffentlich, geht Freitagabend an die Kottel. Freitagabend an der Kottel ist eine einzige Party. Warum dauert es so lange, wenn man zum Judentum konvertieren will? Die einfache Antwort ist, damit man, wenn man es tut, es wirklich, wirklich will. Und erstens muss man es wirklich wollen. Und zweitens hat man eine Menge zu lernen. Du bist durch diesen Prozess durch, Elia. Du bist konvertiert. Ja, der Prozess ist schwer. Man wird auch am Anfang erst mal abgelehnt. Und diese Ablehnung ist auch etwas, womit man emotional zurechtkommen muss. Und der Grund ist, dass wir, anders als die anderen abrahamitischen Religionen, nicht allein selig machen sind. Das heißt, du musst kein Jude sein, um in den Himmel zu kommen. Das heißt, du wirst nicht mit ewigen Höhenfeuer bestraft, dafür, dass du kein Jude bist. Und da wir nicht allein selig machend sind, ist es natürlich irgendwie gemein, jemanden 613 Mitzvot aufzulegen, die wir haben, statt nur der 7, die wir für andere haben, nämlich die von Noach, der die Arche gebaut hat. Mitzvot sind Gebote. Genau, Mitzvot sind Gebote. Und das heißt, es gibt keinen theologischen Grund zu konvertieren, sondern nur einen persönlichen. Und deswegen missionieren wir nicht. Und deswegen prüfen wir, ob der persönliche Grund eben echt ist. Wie sieht sich das Judentum im Verhältnis zu den anderen monotheistischen Religionen, insbesondere beim Thema reine Lehre? Wie Elia gerade gesagt hat, wir haben keinen Alleinseelig-Machungsanspruch. Das heißt, wenn jemand Christ sein möchte, cool. Wenn jemand Muslim sein möchte, super cool. Das Judentum glaubt wie jede Religion, dass es natürlich alles richtig macht und dass es genauso von uns erwartet wird. Aber wir glauben nicht, dass die anderen dafür, dass sie alles falsch machen, irgendwie in die Hölle kommen oder sonst was. Ja, also ich habe eben ja schon von den sieben Gesetzen von Noach gesprochen. Und die sind sehr ähnlich der zehn Gebote. Auch ein sehr lustiges zum Beispiel. Man darf kein Fleisch von einem lebenden Tier essen. Also man muss die erst umbringen. Ist eins der sieben Gebote. Wird keinem schwerfallen heute, das einzuhalten. Und anderes ist, man muss ein Rechtssystem etablieren. Dazu zählt auch das Grundgesetz. Das sind diese Gesetze. Und man muss an Gott glauben. Und diese sieben Gesetze werden von jedem ordentlichen Christen und ordentlichen Muslimen normalerweise erfüllt. Und insofern gibt es keinen Grund, da irgendwas dran zu ändern. Natürlich glauben wir, dass Christen und Muslime irgendwas falsch machen. Vor allem, wenn sie an ihre Propheten glauben, die keine Propheten sind, nach unserer Meinung. Aber das ändert nichts daran, dass sie, wenn sie in die kommende Welt kommen, denselben Status haben wie ein Jude, der sich an alle jüdischen Gesetze gehalten hat. Was ist die Halakha? Welche Rolle spielt sie für die jüdischen Gemeinden in den verschiedenen Ländern heute? Ich soll das beantworten, fürchte ich mal. Die Halakha ist das jüdische Religionsgesetz. Das heißt, alle Gesetze, die irgendwas mit dem jüdischen Leben zu tun haben. Und das jüdische Leben ist aber etwas, was das gesamte Leben ist. Also vom morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen und dazwischen auch. Und fängt zum Beispiel damit an, wie binde ich meine Schuhe? Erst den rechten Schuh anziehen, dann den linken Schuh anziehen, dann den linken Schuh binden, dann den rechten Schuh binden. Das ist Halakha. Das jüdische Gesetz ist vor allem dann wichtig, wenn es um so Themen geht wie Heirat, Sterben, wer ist Jude? Oder wenn man Kurs erhält, was darf ich essen? Und in Israel sind auch einige der weltlichen Gesetze so, dass sie zumindest mit der Halakha kompatibel sind. Ein Teil der Halakha, und das ist wichtig zu wissen, ist aber auch, dass man sich an die Gesetze des jeweiligen Landes halten muss, oft sogar selbst, wenn sie gegen jüdische Gesetze, also wenn sie ihnen widersprechen, solange die Gesetze nicht nur so gebaut sind, dass sie nur Juden betreffen. Gibt es spezifisch jüdische Positionen, theologisch oder kulturell begründet, zum Umgang mit aktuellen Krisen der Menschheit, Corona, Klimaschutz, Flüchtlinge? Ich würde sagen, die Antwort ist ja, weil es in der Religion schon Gebote gibt, die zum Umgang mit Gesundheit zählen. Zum Beispiel braucht man viele der Gebote nicht zu erfüllen, wenn sie gesundheitlich beeinträchtigend sind. Darf nicht. Darf nicht. Genau, darf nicht. Es ist verboten, bestimmte Pflichten zu erfüllen, wenn sie deiner Gesundheit schaden könnten. Das ist im Umgang mit Corona sehr wichtig. Es gibt ein Gebot, die Natur zu schützen. Und es gibt ganz, ganz viele Gebote rund um Barmherzigkeit, die Flüchtlinge betreffen würden. Ich glaube, da gibt es nichts hinzuzufügen, außer, dass wir einen Begriff dafür sogar haben. Und der heißt Tikkun Olam. Tikkun Olam ist einer unserer Pflichten. Und das bedeutet übersetzt, verbessere die Welt. Wir sind alles religiöse Weltverbesserer. Alle Juden sind links grün versifft. Ihr habt es nicht hier gehört. Gibt es eine regelmäßige Neuinterpretation eurer heiligen Schriften, um das Leben im 21. Jahrhundert sinnvoll jüdisch zu leben? Ja, also die Schriften werden regelmäßig neu interpretiert und immer wieder neu an Gegebenheiten angepasst. Die letzten großen Änderungen waren zum Beispiel, als Elektrizität aufkam. Da mussten die Rabbiner irgendwie entscheiden, was ist eigentlich Elektrizität halachisch gesehen? Ist das Feuer? Ist das Wasser? Ursprünglich dachte man übrigens, das ist Wasser. Auch die Nichtjuden dachten das. Daher kommen die ganzen Begriffe. Also Current, Strom. Strom ist ein Flüssigkeitsbegriff. Und erst später hat man gemerkt, dass das vielleicht gar nicht so stimmt. Und irgendwann haben die Rabbiner beschlossen, dass es eigentlich mehr als Feuer zu betrachten ist. Und das hat natürlich großartige Auswirkungen darauf, wie wir Elektrizität heute benutzen, vor allem an Schabbat und Feiertagen. Und wir nutzen es auch. Zum Beispiel, früher musste man Gas anmachen vor Schabbat, um den ganzen Schabbat warmes Essen zu haben. Heute habe ich eine elektrische Wärmeplatte mit Zeitschaltuhr, um Energie zu sparen, nicht wahr? Und das nur dann anzumachen, wenn ich es brauche. Und das ist alles wunderbar und funktioniert. Oder der Rabbiner, der in der Synagoge, der leitende Rabbiner war in Jerusalem, wo ich mal gewohnt habe, der hat ein Buch veröffentlicht zu Geschäftsreisen. Das heißt, wie betet man im Flugzeug, am Flughafen? Wie hält man koscher, wenn man irgendwo ist, wo es kein koscheres Essen gibt? Und solche Sachen alles. Und natürlich wird immer die Religion auf die heutige Zeit angewendet. Und wir sind nicht Amish-People, die versuchen, die heutige Zeit abzuschaffen. Natürlich wird immer neu interpretiert. Wenn man im Schabbat nicht arbeiten darf, gibt es da religiöse Sonderregelungen für Ärzte, Krankenschwestern und alle anderen systemrelevanten Berufe? Ja, gibt es. Es ist erlaubt, alles rund um die Gesundheitsversorgung oder auch kritische Infrastruktur darf weiterhin gemacht werden. Wobei ich auch durchaus einen Rabbi kenne, der Arzt ist, der sagt ja natürlich, wenn ich am Schabbat jemanden versorge, dann ist das eine Sünde. Aber es ist eine Sünde, die ich begründen kann und die abgewogen wird. Ich kenne deinen Rabbiner nicht. Ich würde ihm widersprechen. Es ist keine Sünde. Es ist ein Gebot. Man muss Schabbat brechen. Ich bin am Schabbat ins Krankenhaus gefahren mit meiner Frau, als unser zweites Kind geboren worden ist. In ein religiöses Krankenhaus, wohlgemerkt, bin ich gefahren. Fühlte sich komisch an für mich, am Schabbat im Auto zu sitzen. Und es ist sogar so, wenn du Krankenwagenfahrer bist und wirst gerufen, einen Verletzten zu holen, dann musst du natürlich ins Auto gehen, dahin fahren, den holen und ins Krankenhaus bringen. Dann ist ja eigentlich die Lebensgefahr gebannt, weil er ist im Krankenhaus und du hast deinen Job gemacht. Das heißt, man könnte sagen, okay, den Krankenwagen lasse ich jetzt stehen und gehe nach Hause, zu Fuß. Aber nein, du kannst ihn auch nach Hause fahren oder du musst ihn auch nach Hause fahren, um eben bereit für den Nächsten zu sein. Das heißt, du darfst nichts tun, was irgendwie die Gesundheit anderer Menschen oder auch deine eigene gefährdet. Und natürlich sind deswegen alle diese Berufe, möglich und nötig, auch am Schabbat. Es war sehr lustig. Als mein zweites Kind geboren ist, waren wir in einem religiösen Krankenhaus, wie gesagt. Und die Belegschaft in diesem Krankenhaus ist sehr gemischt. Also arabische und jüdische Menschen, die dort arbeiten. Und eine ältere Frau hieß Ayshe. Und die jüdischen Menschen, die dort gearbeitet haben, haben versucht, das Schabbatbrechen klein zu halten. Das heißt, sie hätten es zwar gedurft, aber wenn jemand anderes da ist, der es machen kann, soll er es halt tun. Und die ganzen Zettel, die ausgefüllt werden mussten für die Aufnahme in die Geburtsklinik, hat dann diese Ayshe gemacht. Und dann rufen sie immer, Ayshe, Ayshe! und nehmen den Stift und halten ihr den hin, den man ja eigentlich auch nicht anpassen darf. Und sie schreibt dann. Also man versucht, das Brechen der Regeln klein zu halten. Aber wenn es keine sinnvolle Möglichkeit gibt, dann ist es überhaupt keine Frage. Dann muss man die Regeln brechen. Nur als Hinweis. Was ist die Funktion eines Rabbis? Die Funktion eines Rabbis ist, er leitet die Gemeinde und er ist der Hauptansprechpartner für alle halachischen Fragen. In den Riten der Gemeinde hat er keine besondere Position. Dafür gibt es andere. Warum sind die Speisegesetze so viel komplizierter als im Christentum oder Islam? Na ja, erstens, wir waren zuerst da. Und zweitens, ob sie so viel komplizierter sind als im Islam, weiß ich nicht. Zum Beispiel, wenn ein gläubiger Muslim nur Halal essen darf und zu einem Juden kommt, dann darf er all das koschere Essen essen. Das dürfen Muslime auch essen. Und warum die Christen? Na ja, die frühen Christen haben im Wesentlichen gesagt, dass Jesus die Trennung zwischen rein und unrein aufgehoben hätte. Und deswegen dürfen Christen Schwein essen. Also, koscher ist deutlich komplexer als halal. Deswegen dürfen ja auch Muslime halal, also dürfen koscher essen, weil das sozusagen eine Untergruppe vom halal ist. Einzige Ausnahme Alkohol. Wir dürfen Alkohol trinken, Muslime dürfen das nicht. Das heißt, wenn ich einen Muslim zu mir nach Hause einlade, wird es schwierig, weil wir, wenn wir unser Huhn machen, kommt immer ein bisschen Wein rein. Ja, uns gibt es länger, hast du ja richtig gesagt. Das heißt, wir hatten auch mehr Zeit, diese Gesetze immer schlimmer zu machen. Und die anderen sind missionarisch, wir nicht. Das heißt, die müssen natürlich dafür sorgen, dass Leute nicht von diesen Gesetzen abgeschreckt werden. Ich schätze mal, das spielt eine wichtige Rolle. Wieso entscheidet man sich dazu, koscher zu leben? Sich also selber einzuschränken, beziehungsweise sich an eine Lebensweise festzubinden? Naja, es ist durchaus so, dass manche Einschränkungen der Freiheit dir eine größere Freiheit erlauben. Ich vergleiche das immer mit einem See, auf dem du Schlittschuh läufst. Und da sind Absperrungen, wo das Eis zu dünn wäre und du einbrechen könntest. Ja, theoretisch beschneiden sie deine Freiheit. Aber praktisch kannst du so viel freier Schlittschuh laufen. Das heißt, im größeren Kontext ist das Binden an diese Gesetze auch das Annehmen einer Identität und das Sein in einer Gemeinschaft und eine Erfüllung von Gesetzen, die dir Sicherheit und Rückhalt bietet. So würde ich es für mich beschreiben. Ja, das mit dem Schlittschuhlaufen ist ein schönes Bild. Ich beschreibe das immer mit Flugzeugfliegen. Wenn man im Flugzeug sitzt, gibt man fast alle seine Rechte auf. Man darf nicht sitzen, wo man will. Man darf nicht aufstehen, wann man möchte. Man ist eingesperrt in so eine kleine Aluminiumtube, in so ein Rohr. Und trotzdem ist Fliegen die größte Freiheit von allen. Weil sie dich eben irgendwo hinbringt, wo du sonst nicht hinkommen könntest. Und das heißt, die Einschränkung von Freiheiten kann dir neue Freiheiten eröffnen. Das stimmt. Das Koscher-Essen hat noch eine andere Dimension, würde ich sagen. Der Unterschied, den ich sehe zwischen, wie wir unsere Religion ausleben und wie andere das tun, ist, dass unsere Religion darauf ausgerichtet ist, in deinen Alltag komplett einzudringen. In den komplett, ja, dir immer einen Rahmen zu geben, indem du dich frei bewegst dann. Den Schlittschuhrahmen. Und bei jedem Bissen, den ich esse, muss ich mir vorüberlegen, welche Bracha muss ich sagen. Welche Bracha muss ich danach sagen. Wie lange ist es her, dass ich Fleisch gegessen habe. Oder eben, wenn ich nicht gerade in Israel bin, wo sowieso fast alles koscher ist. Ist das denn jetzt koscher oder nicht? Und dadurch, dass ich eben bei dieser sehr profanen Sache wie Essen, die ja eine rein körperliche Sache ist, die für meinen, nicht für meinen Geist, sondern für meinen Körper ist, dort diese spirituelle Komponente reinbringe, bin ich einfach viel bewusster in meinem Judentum. Danke. Ich hoffe, das war lehrreich. Wir haben, um alle eure Fragen zu beantworten, noch weitere Videos geplant. Zum Beispiel rund um die jüdische Kultur, den Umgang mit Juden, den Besuch von Synagogen und das große Thema des Antisemitismus. Wenn ihr mehr über das Judentum erfahren wollt, habe ich euch unten in die Beschreibung eine Linkliste gepackt. Da könnt ihr nachlesen. Und ich habe außerdem in die Beschreibung einen PayPal-Link für diese Miniserie getan. Ausnahmsweise betrachtet es als Hut, der herumgegeben wird, wenn ihr ein kleines Dankeschön mitgeben wollt für mich und Elia und Karol Kassmonaut, der so nett ist, diese Videos für uns zu schneiden. Einen wunderschönen Tag euch allen. Danke. Danke.